Die Funktion Pre-Safe Plus kann in spezifischen Gefahrensituationen vorbeugende Maßnahmen zum Schutz der Fahrzeuginsassen einleiten. Pre-Safe Plus kann bei einem drohenden Heckaufprall eingreifen, indem es den nachfolgenden Verkehr optisch vor der möglichen Kollision warnt. Zusätzlich werden die Sicherheitsgurte vorgespannt. Wenn das eigene Fahrzeug bereits steht, kann das System außerdem kurz vor der Kollision den Bremsdruck erhöhen. Das Fahrzeug wird sozusagen festgebremst. Erfolgt ein Aufprall, wird dadurch der Ruck nach vorne vermindert, was eine Sekundärkollision mit Querverkehr oder dem Vordermann verhindern kann. Somit können die Belastungen und das Verletzungsrisiko der Fahrzeuginsassen weiter gemindert werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017